Musik Unsere Kinderjahre in den 30ern Dieser Film ist ganz besonders den Geburtsjahrgängen 1926 bis 1935 gewidmet. Denn jeder einzelne von ihnen hatte in den 30er Jahren seine Kindheit. Musik 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 Dieser Film geht auf Spurensuche nach all den kleinen und einigen großen Erinnerungen, die für die Kinderzeit in diesem Jahrzehnt so typisch waren. Als wäre es erst gestern gewesen. Und doch liegt es schon lange zurück. Musik Diese Jahrgangskronik ist aus hunderten von historischen Filmrollen entstanden. Musik 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 Diese Chronik zeigt das Spielzeug, die Mode, die Frisuren und das Lied. Das Lebensgefühl einer ganzen Altersgeneration, derjenigen Jahrgänge, die in dem Jahrzehnt der 1930er Jahre ihre Kindheit erlebt haben. Musik Unsere Kinderjahre in den 30ern Musik Musik Untertitelung. BR 2018